Hier habe ich scheinbar eine alte Tankstelle gefunden. Es ist zu. Komm. Kann man nicht reingucken. Mit Werkstatt oder so. Schon vergüttet. Verschallt, vermauert. Ötung und Kalk. Die ist gleich weg. Okay. 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 Das sieht doch noch gut aus. Kann man das noch gebrauchen. Siemens. Okay. 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 There youons. Okay. All right. Vielen Dank.